Hallo! Freunde, es ist erstmal wieder soweit. Ich bin wieder mit meiner Katze da draußen. Nur schnuppern, nur den ganzen Tag nur schnuppern. Kurzes Update, ist wahrscheinlich das letzte Vlog-Ding genügend, was ich mache. Falls es überhaupt Vlog ist, ist es einfach so Information zu, ich kann wieder zocken. Es wäre gerade das letzte Spiel, wir gerade installiert, beziehungsweise ist schon installiert, deswegen kommen noch die Updates dran. Und dann geht's weiter. Heute mit den Superkrücke aufnehmen. Mal gucken. Hoffe ich, wenn ich es schaffe. Aber ich denke mal, ab morgen sind wieder Videos täglich da. So, das war's schon wieder. Ich sag doch, ziemlich kurz mit meiner Katze draußen. Ciao!